Guten Morgen, wir werden jetzt etwas starten mit einer leichten Verzögerung. Wie immer liegt es an der Technik, selbstverständlich, aber ich denke, wir können dann jetzt losgehen. Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem zweiten Vortrag heute. Es geht heute um die Erlebnisse, die man haben kann, wenn man ein Atari-8-Bit-Spiel anfängt zu programmieren im Jahre 2014 und wie man grundsätzlich das machen könnte, wenn man ein solches Vorhaben durchführen möchte. Ich habe mir ein bisschen was für Sie überlegt. Es geht darum, ein Spiel zu machen für einen 8-Bit-Computer namens Atari 800XL und zum Schluss kommt dann halt eine Diskette raus oder auch ein Spielmodul, das man direkt in dieses Gerät hineinstecken kann und direkt losspielen kann. Das werde ich heute mit Ihnen machen. Ich werde Ihnen vorstellen, um was geht es heute eigentlich. Wir werden uns dieses Spiel, die muss Quest, angucken. Wir werden schauen, was es für Werkzeuge gibt und was man da beachten muss. Es dreht sich nämlich alles um die Zeit bzw. um die Geschwindigkeit von bestimmten Abläufen und bestimmten Routinen. Wir gucken uns kurz den Hauptprozessor von Atari an, die Unterbrechungen, also die Interrupts, die man dann verwenden kann, um flüssige Abläufe zu erzeugen. Wir gucken uns an, wie die Grafik am Atari organisiert ist, wie man Musik macht und wie man letztendlich eine Spielwelt definiert. Und zum Schluss stelle ich noch ein paar Quellen vor, wo man Hilfe bekommen kann, wenn man ein solches Vorhaben durchführen möchte. Und ja, bei Fragen, Diskussionen gerne zum Schluss. Wenn Sie zwischendurch Fragen haben, bitte einfach reinrufen, weil wenn die Fragen auftreten, können wir uns am besten gleich an der Stelle auch klären, wo sie auftreten. Also keine Scheu haben, einfach Hand hoch oder reinrufen, wenn ich die Hand nicht bemerke und dann klären wir das. Gut. Ausgangspunkt ist ein Spiel namens DIMUS Quest. Das habe ich mal 1993 schon einmal programmiert für den damaligen Commodore Amiga 16-Bit-Computer. Das sind die oberen beiden Bilder. Das ist professionell veröffentlicht worden über die Firma Böder. Und dieses Spiel wollte ich jetzt vor zwei Jahren einmal rückportieren auf den wesentlich schwächeren Atari 800XL-Computer. Also normalerweise macht man ja den umgekehrten Weg. Man macht normalerweise ein sogenanntes Remake. Das heißt, man nimmt sich ein altes Material und führt es in die neuere Zeit. Das kennen wir von Hollywood. Wenn irgendwann ein Film in den 70er, 80er, 90er gut war, dann wird er nochmal gemacht. Das wäre ein Remake. Und wir haben jetzt den umgekehrten Weg gemacht. Wir haben ein Ausgangsmaterial, das war jetzt zufälligerweise auch einigermaßen alt und haben es auf eine schwächere Plattform umgesetzt. So, jetzt habe ich mich vor zwei Jahren, als ich damit gestartet bin, auf viele Fragen vorbereitet. Sowas wie, warum machst du das? Was bringt dir das? Hast du keine Arbeit mehr? Hast du zu viel Zeit? Die Fragen hatte ich eine tolle Antwort. Mir überlegt, aber diese Fragen wurden mir nicht gestellt. Stattdessen hörte ich immer so ein, oh, zeig mal. Und wenn ich den Leuten das gezeigt habe, dann habe ich fast immer ein Leuchten in den Augen gesehen. Weil fast jeder hatte damals so einen Homecomputer. Ob das jetzt ein Atari war oder ein Amiga war oder ein C64, völlig egal. Aber die Leute haben sich dann gerne daran erinnert und dachten, oh, das ist ja toll. Und auf meiner Reise bei der Programmierung habe ich auch einige schöne Sachen erlebt. Da werden wir leider noch drauf kommen. So, das Original hatte ich eben schon erwähnt. 93 von der Hildesheimer Software-Schmiede Infernal Bytes. Das waren neben vier Studienkollegen auch meine Personen. Und es gab damals auch Umsetzung von dem Spiel auf das PC, das lief unter DOS. Und für das Philips-CDI-Spielgerät. So, ist mir eine Folie zu weit gesprungen. So, darum geht es. Das ist das Spiel für die Atari-Version. Ich würde Ihnen jetzt kurz einmal demonstrieren, damit Sie sehen, um was es geht. Das ist eine noch einmal. Es geht darum, wir haben einen kleinen grünen Frosch und dieser Frosch hat von seinem König die Aufgabe bekommen, sämtliche Süßigkeiten einzusammeln, um damit er dann die liebreibste Prinzessin Dori heiraten darf. Und die Aufgabe ist relativ klassisch. Und wenn es mit dem Frosch rum gibt, man sammelt Süßigkeiten ein. Man sieht zu, dass man sich von den Monstern nicht erwischen lässt. Aber wir haben unendlich ein Leben, es ist ein Kriegspiel. Und man sieht hier, ich komme in bestimmte Areale nicht rein, weil ich brauche einen Schlüssel. Die Schlüssel werden farbprobiert, das heißt, ich brauche für eine Rühne-Tür drauf einen Rühne-Schlüssel. Für eine rote Tür brauche ich einen roten Schlüssel. So weiter. Es gibt viele verschiedene Spiele-Elemente, die anderen hinwenden, bevor eine Süßigkeiten aufzuhören. Und was man da alles machen kann, das werden wir dann nachher noch etwas genauer sehen. Das ist die Zielplattform, darauf sollte das Spiel jetzt laufen. Auf einem handelsüblichen Atari 800XL-Computer. Er läuft auch auf allen anderen Atari 8-Bit-Geräten. Also alles, was zwischen 1979 und ungefähr 1990 produziert worden ist von der Atari 8-Bit, da läuft das Spiel drauf. So. Gucken wir uns kurz an, wie der Atari Grafiken machen kann. Der Atari 8-Bit-Computer war ja im Großen und Ganzen zur selben Zeit auf dem Markt wie der Commodore 64, der wahrscheinlich etwas besser bekannt ist. Und der Atari 8-Bit ist ein Nachfolger von der Spiele-Konsole Atari VCS. Das heißt, sie hat viel von den Mechanismen geerbt. Das heißt, wir haben ein sogenanntes Playfield, das ist der Hintergrund. Und da haben wir in der üblichen Darstellung 160 Punkte in der Waagerechten, also von links nach rechts. Und wir haben 200 Bildpunkte senkrecht von oben nach unten. Und das Ganze können wir beim Atari darstellen mit fünf verschiedenen Farben. Ohne Tricksen fünf verschiedene Farben pro gesamten Bildschirm. Mit ein bisschen Tricksen fünf verschiedene Farben pro einzelner Zeile, die man sehen kann. Und wenn man noch ein bisschen mehr trickst, dann kriegt man auch mehr als fünf Farben pro Zeile hin. Aber damit muss man auskommen. Ich habe also im Grunde genommen fünf Farben zur Verfügung. Darüber hinaus kann die Atari noch von diesem Playfield etwas Unabhängiges generieren. Das sind die sogenannten Player Missiles, auf anderen Systemen Sprites genannt. Beim Atari waren die ja zuerst 1979, deswegen gab es den Begriff Sprites noch nicht. Die haben es Player Missile genannt, weil das die Aufgabe dieser Hardware-Schaltung am besten beschrieben hat. Das heißt, ich habe vier Spieler, die sind einfarbig für vier Spielfiguren. Und die Aufklärung ist ein bisschen ungewöhnlich. Die Aufklärung ist acht Pixel breit und so hoch, wie der Bildschirm hoch ist. Also theoretisch 256, davon sind aber nicht alle Pixel am oberen Rand oder am unteren Rand zu sehen. Ich kann, wenn ich mehr Farben für meine Spielfigur haben möchte als eine, dann kann ich zwei von diesen Playern zusammenschalten und bekomme dann drei Farben. Nämlich die Farbe von dem einen Player, die Farbe von dem anderen Player und eine Mischfarbe, wenn die beiden sich überlappen. Und das ist eine berechnete Mischfarbe von den beiden. Ich kann die also dann nicht frei wählen. Ich kann die beiden Farben von den beiden individuellen Playern wählen, aber ich kann nicht die Mischfarbe wählen. So, zusätzlich habe ich noch vier Geschosse, also vier Missiles. Und die haben die gigantische Auflösung von zwei Pixeln. Bildschirm hoch. Kann man jetzt nicht so viel mit anfangen, aber ist halt für ein Geschoss gedacht. Ein Geschoss braucht nicht viele Pixel. So, das ist die Atari Farbpalette. Wir reden vom Jahr 1979 und wir haben 128 verschiedene Farben. Das ist für die damaligen Verhältnisse wahnsinnig viel. Sagen wir mal bedenken, dass der Commodore C64 vier Jahre später nur 16 Farben hatte. Dann sind 128 schon eine ganze Menge. Und wir sehen, dass die Farben, sagen wir mal, komisch angeordnet sind. Heute ist es hier üblich, Farben zu mischen. Nicht mit einem Rotanteil, einem Grünanteil und einem Blauanteil. So wurde das mit dem Amiga dann beispielsweise auch gemacht. Bei Matari hat man damals einen anderen Weg genommen. Ich habe sogenannte benamte Farben, also 16 Stück von oben, reinmäßig nach unten gesehen. Ich habe oben schwarz. Dann habe ich ein orange-gelb, orange, sowas ähnliches wie rot, ein paar Blautöne, ein paar Grüntöne und so einen Ockerton. Und jede Farbe habe ich in verschiedenen Helligkeitsabstufungen. Und zwar acht Helligkeitsabstufungen. Das heißt, 16 Farben mal acht Helligkeitsabstufungen macht 128 Farben. Und die Tatsache, dass wir hier 16 Felder sehen, ist einfach daran, immer zwei Felder haben die gleiche Farbe. Das heißt, die zwei sind identisch, die zwei sind identisch, die zwei sind identisch. Weil der Tari damals so überliefert, dass die Legende gesagt hat, die könnte man dann eh nicht auseinanderhalten. Deswegen brauchen wir den Entwicklungsaufwand, um dieses eine Bild dann auch noch Farb zu godieren, nicht treiben. In etwas späteren Modellen konnte man die dann in bestimmten Modi auch auswählen. Aber damals nicht. So, hier kriegt man jetzt erstmal grundsätzlich ein Bild auf dem Monitor. Der gängige Weg ist, das Aussehen der Buchstaben zu verändern. Ich habe hier auf dem Bildschirm vier Buchstaben, A, B, C, D. So wie der Atari sie definiert hat, so wie man sie auf dem Bildschirm bekommt, wenn man das Gerät einschaltet. Hier ist die Auflösung pro Buchstabe, 8 Pixel mal 8 Pixel in einer Farbe. Ich kann da jetzt einen anderen Modus wählen, der es mir erlaubt vier Farben zu verwenden. Dafür büße ich dann aber Auflösungspunkte ein. Das heißt, ich habe dann für ein Zeichen nur noch vier Punkte in der Waagerechten. Ich bleibe bei den acht in der Senkrechten, aber ich habe nur noch vier. Dafür kann ich jedem dieser Punkte eine von vier Farbregistern zuweisen. In unserem Beispiel haben wir dann, um die Spielwelt Elemente hier zu schaffen, haben wir immer vier Buchstaben zusammengenommen, damit wir dann eine Auflösung hatten von 16 Punkten mal 8 Punkten. Und damit kann man dann das Aussehen dieser Sachen definieren. Also diese Kästchen hier unten sind vier Buchstaben, quasi die einmal umdefiniert sind. Ich werde Ihnen nachher noch zeigen, wie das geht. So, und so könnte das dann aussehen, wenn der Film Matrix gesehen hat. So könnte das 1979 ausgesehen haben. Wir haben einen Bildschirm voller Buchstaben, Zahlen und Zeichen. So würde es aussehen, wenn wir den Standard Atari-Font verwenden. Und so sieht es dann aus, wenn wir die Fonts umdefinieren. So, dass wir also aus dem ganz normalen Text, der auf dem Bildschirm steht, dann eine Spielwelt generieren können. So, als nächstes schauen wir uns an, wie wir das Fernsehbild überhaupt aufbauen. Da muss ich jetzt einmal etwas zurückgreifen, wie so ein Fernsehbildschirm überhaupt aufgebaut wird. Wir haben ja im PAL-Bereich ein sogenanntes Zeilensprungverfahren bei der Bildschirmdarstellung. Das heißt, unser Bildschirm ist unterteilt in 625 Zeilen. Und davon werden 50 Mal pro Sekunde jede zweite dieser Zeilen auf den Bildschirm gebracht. Das heißt, in der ersten 25. Sekunde werden die Zeilen 1, Lücke 3, Lücke 5, Lücke auf den Bildschirm gebracht. Und im nächsten Durchlauf werden die Zeilen 2, 4, 6 und so weiter auf den Monitor gebracht. Das Ganze gipfelt dann in 25 alternierenden Halbbildern pro Sekunde. Das heißt, wir haben 50 Mal ein neues Bild auf dem Bildschirm. Aber da das immer nur die Hälfte ist, haben wir 25 Mal ein Bild auf dem Bildschirm. Das passiert so einigermaßen schnell, dass man es in der Regel nicht sieht. Aber bei der Programmierung müssen wir das wissen, weil wir werden uns sehr stark an diesem sogenannten Rasterstrahl ausrichten müssen. Und der Rasterstrahl, der läuft von links oben beginnend über den Fernsehbildschirm, bringt die Phosphorschicht zum Leuchten, unterschiedlichen Farben, unterschiedlichen Helligkeiten, kommt irgendwann an der rechten Seite des Fernsehers an, dann wird der Strahl abgeschaltet, läuft einmal zurück auf die linke Seite, wird wieder eingeschaltet, fängt wieder an, die Phosphorschicht bunt zu machen, kommt am rechten Rand an, wird wieder abgeschaltet, läuft wieder zurück, bis er rechts unten angekommen ist. Und dann wird er wieder abgeschaltet und läuft quer diagonal wieder nach links oben. Die Zeit, die er braucht von rechts nach links, ist relativ kurz. Die Zeit, die er braucht von unten nach oben, ist relativ lang. Dieser gesamte Durchlauf spielt sich natürlich innerhalb von einer 25. Sekunde ab. Aber für den Computer ist das eine relativ lange Zeit. Das bedeutet, wenn wir uns mal die theoretische Fläche angucken, die der Rasterstrahl durchlaufen könnte, das wäre jetzt hier abgetragen, dann sehen wir, dass nur ein Teil davon, für das eigentliche Computerbild verwendet wird. Das ist das, was wir auf dem Bildschirm sehen. Und wenn wir den Fernseher vernünftig eingestellt haben, dann ist das auch ziemlich deckungsgleich mit den Kanten des physikalischen Fernsehgerätes. Aber, wenn jetzt der Rasterstrahl kommt und zeichnet eine solche Zeile, dann bricht er ja hier ab und kommt hier in der nächsten Zeile wieder rein. Und die Zeit, die verstreicht, die der Rasterstrahl braucht, von hier wieder nach links zu kommen, das nennt man Vertical Blank, also die horizontale Austastlücke. In dieser Zeit wird vom Rasterstrahl kein Bild generiert. Und genauso, wenn wir hier unten sind, die Zeit, die wir brauchen, nach oben zu laufen, das ist der Vertical Blank, also die vertikale Austastlücke. Auch in dieser Zeit, die relativ lang ist, wird kein Bild generiert. Aber in der Zeit läuft unser Computer und die CPU trotzdem weiter. Das ist deswegen wichtig, weil ich habe ja gesagt, wir können beim Atari eigentlich nur fünf Farben pro Bildschirm darstellen. Wir möchten aber mehr haben. Und das würde bedeuten, dieser Hintergrund, der hier so ein bisschen verlaufen ist, mit verschiedenen Farben, ist eigentlich immer die gleiche Farbe, das gleiche Farbregister, was verwendet wird, eins von den fünfen. Aber an diesen Stellen hier wird das Farbregister mit einer anderen Farbe befüllt. Das heißt, es gibt irgendeinen Punkt, da kommt die CPU und sagt, liebes Farbregister, dass du den Wert hast für den Hintergrund, wo der Rasterstrahl die Farbinformationen herauszieht, um jetzt den Punkt auf dem Monitor farbig zu machen, du bekommst jetzt einen neuen Wert. Du enthältst eine neue Farbe. Das heißt, die CPU muss das irgendwann erneut hineinschreiben in dieses Register. Und wenn ich das irgendwann mache, dann kann das sein, dass der Umbruch irgendwo auf dem Monitor ist. Das heißt, es würde flackern. Das heißt, man versucht, diese Umstellung zu machen, wenn der Rasterstrahl gerade nicht gezeichnet wird. Sprich außerhalb des sichtbaren Bereichs. Deswegen muss man als Programmierer wissen, wo ist der Rasterstrahl, um einen Moment abzupassen, wo der Rasterstrahl gerade kein Bild malt, um dann die Farbregister zu verändern. Gut, das soll erstmal reichen als Theorie. Gucken wir uns mal die verwendete CPU an. Wir haben im Atari eine 8-Bit-Mikroprozessor-CPU von der Firma MOS. Die heißt 6502, recht bekannt, gibt es auch in anderen Geräten. Der C64 hatte eine fast identische CPU drin. Und das hier ist das Schaubild, das symbolische Schaubild, wie diese CPU funktioniert. Die CPU ist erschreckend simpel. Sieht zwar kompliziert aus, aber ist eigentlich sehr, sehr simpel. Ich habe ein sogenanntes Register, da kann ich eine Zahl reinschreiben. 8-Bit reicht von 0 bis 255. Und mit dieser Zahl kann ich dann irgendwas machen. Addieren, subtrahieren. Die verarbeitende Einheit, die mit dieser Zahl irgendwas macht, die heißt ALU, Arithmetisch-Logische Einheit, also Arithmetic-Logic-Unit. Und hier passiert das Rechnen und der Akkumulator nimmt diese Zahl auf. Das ist ein Register, das heißt Akkumulator. Wenn man dort etwas aggregiert und zusammenfasst. Das heißt, ich habe ein Register, das kann etwas berechnen. Das Ergebnis ist immer eine Zahl zwischen 0 und 255. Und ich habe zwei weitere Register, x und y genannt. Damit kann ich ein bisschen Zahlen hin und her schieben. Kann ich also als Variable sozusagen begreifen, wenn ich von höheren Programmiersprachen drauf blicke. Ansonsten ist es einfach nur eine Schachtel, wo ich eine Zahl reinpacken kann. Die Schachtel nenne ich x und y und a für Akkumulator. Um die CPU zu vervollständigen, es gibt ein sogenanntes Prozessor-Statusregister. Da gibt es ein paar sogenannte Flex-Zustandsflaggen. Da merkt sich die CPU, ob bei der Verarbeitung hier bestimmte Verfahren aufgetreten sind, beziehungsweise bestimmte Ereignisse aufgetreten sind. Wenn ich zum Beispiel zwei Zahlen subtrahiere, dann kann es sein, dass das Ergebnis 0 ist oder es kann sein, dass das Ergebnis irgendeine andere Zahl ist. Es gibt, nur um ein Beispiel rauszugreifen, eine sogenannte Zero-Flagge, ein Zero-Fleck. Das nimmt einen Wert an, 1, wenn das Ergebnis der letzten Operation 0 war. Klingt jetzt nicht so spannend, aber man braucht sowas, um Vergleiche anstellen zu können und irgendwelche Bedingungen zu testen. So, ich gehe da gar nicht in die Tiefe. Es gibt verschiedene Ereignisse, die hier im Statusregister festgehalten werden, die man dann später abfragen kann. So, wir haben einen Stack-Pointer. Das ist ein Zeiger auf einen Speicherbereich. Wenn ich mit meinen zwei, drei Registern nicht auskomme und möchte die mal irgendwo kurz hinspeichern, weil ich irgendwas anderes machen möchte, dann kann ich die auf einen sogenannten Stapel legen. Kann man sich vorstellen, wie so ein Kartenstapel liegt, man übereinander, die Karte, die ich als letztes draufgepackt habe, zieht sich als erstes wieder runter. Stack. Stack. Das werden wir auch dann brauchen, insbesondere, wenn man sich die Interrupts anguckt. Aber da komme ich gleich drauf. Also, Stapel ist nochmal ein separater Bereich im Speicher. Der ist nicht in der CPU, hier ist nur der Zeiger drin, wo ich Werte mal kurz zwischenlagern kann. Dann habe ich noch einen Programm-Counter, also einen Programmzeiger. Der enthält die 16-Bit-Zahl von dem nächsten Befehl, der als nächstes abgearbeitet wird im Arbeitsspeicher, im RAM. Die ganzen Register sind angebunden an den Adressbus. 16-Bit, das heißt, ich habe einen Adressraum von 65.535 Bytes, besser bekannt als 64 Kilobyte. Und ich habe oben einen Datenbus, 8-Bit-Breit. Da liegt die Zahl drauf, die in den Speicher hineingeschrieben werden soll oder aus dem Speicher herausgeholt werden soll. Gucken wir uns mal ein paar einzelne Befehle an. Wir werden jetzt nicht alle durchnehmen, das wäre jetzt ein bisschen zu viel. Wer da Interesse dann hat, es gibt morgen, glaube ich, einen Vortrag von Sven Oliver, der sich damit beschäftigt. Aber nur mal als Beispiel. Ein Befehl beim 65.02 Programm ist grundsätzlich erstmal ein ganz normales Byte. Also sprich eine Zahl von 0 bis 255. Ein sogenannter Opcode. Und diese Befehle gibt es in drei Varianten. Es gibt Befehle, die haben nur ein einziges Byte. Es gibt Befehle, die haben ein Byte und ein Argument als nächstes Byte. Und es gibt Befehle, die haben ein Byte und die haben zwei Bytes, die darauf direkt folgen als Argument. Also ein Beispiel für ein 1-Byte-Befehl wäre der Befehl RTS. Zahl hexadezimal 60. Das ist ein Befehl, der nur aus einem Byte besteht. Der Zahl hexadezimal 60. Da weiß die CPU, jetzt soll ich von einer Routine, die vorher angesprochen wurde, soll ich einfach zurückspringen. Da brauche ich kein Argument, das ist einfach nur die letzte Routine zurücknehmen und zurückspringen. Oder INX hat den Wert hex E8. INX heißt einfach nur, der Inhalt, der in meinem Register X steht, soll um 1 erhöht werden. Das heißt, die Zahl, die drinsteht, ist jetzt um 1 erhöht, weil die Zahl vorher 255 ist die Zahl danach 0. Und das Überlauffleck wird gesetzt. Dann haben wir Lade- und Speicherbefehl. Da ganz oben LDA, Doppelkreuz, Dollar, FF. Bedeutet, LDA steht für Load Akkumulator. Das heißt, ich soll einen Wert mir nehmen und ihn in das Akkumulatorregister packen. Und welcher Wert das ist, der steht direkt dahinter. Steht da als erstes ein Doppelkreuz, heißt das. Jetzt kommt ein direkter Wert. Also die Zahl, die da wirklich steht, die wird genommen. Und in den Akkumulator gepackt, ins Register A. In diesem Fall Dollar, FF, das wäre die Zahl 255. Die befindet sich danach im Register A. Beim nächsten Beispiel steht LDA, Dollar, ohne das Kreuz davor. Und dann C, 0, 0, 0. Dadurch, dass das Doppelkreuz fehlt, heißt das, das ist kein direkter Wert. Sondern was jetzt kommt, ist eine Speicheradresse am Arbeitsspeicher. Das heißt, in diesem Falle lädt er das eine Byte, dass wir eine Adresse C, 0, 0, 0 im RAM finden. Und lädt dieses, den Inhalt dieser Speicherstelle in den Arbeit, in das Register A. Da gehe ich jetzt nicht weiter ein, aber das ist ungefähr, das sind so die Befehle, mit denen man sich dann in seiner Assembler-Programmierung herumschlägt. So. Wie kommt man jetzt wirklich ins Programmieren? Es gäbe die Möglichkeit natürlich, sich den Atari zu nehmen und auf einer, auf diesem Gerät laufenden Assembler sein Programm zu schreiben. Hat den Charme, dass es so ist wie früher. Hat den Nachteil, dass es sehr langsam ist. und dass man sich den begrenzten Arbeitsspeicher von 64 Kilobyte mit dem Quellcode, mit dem kompilierten Programm und mit dem Assembler selber, mit dem Übersetzungsprogramm noch teilen muss. Wir haben jetzt heute die Möglichkeit, so einiges Cost-Assembling zu machen. Mit Werkzeugen, die sogar kostenfrei sind. Es gibt hier eine Entwicklungsumgebung, die heißt Eclipse. Und damit kann man verschiedene Programme für PC, für Mac schreiben. Und da gibt es ein sogenanntes Plug-in, eine Komponente, die da hinein installiert wird. Die nennt sich Wurzten. Und mit dieser Komponente kann man für Retro-Computer Programme schreiben. Also für Atari, für NES, für C64, für verschiedene Retro-Geräte. Das heißt, ich habe hier unter Windows oder unter Mac OS habe ich die Möglichkeit, mit meinem schönen großen Bildschirm, mit meiner Maus, mit Copy und Einfügen Programme zu schreiben. Sehr bequem. Und das würde ich mit Ihnen gleich mal machen wollen. Kleines Beispiel. Ein Hallo Welt Programm, was ausnahmsweise mal keinen Text Hallo Welt ausgibt, sondern diesen guten Bildschirm hier produziert. Und dann gucken wir uns das mal an. Und ich mache da mal einfach mal eine Demo zu. So, ich starte jetzt mal eine Entwicklungsumgebung Eclipse. und suche mir das Demo-Programm raus, was wir gerade hatten. So, ich zeige Ihnen mal, was rauskommt. Das ist das Ergebnis von diesen paar Zeilen, die wir da gesehen haben. Nämlich ein Bildschirm voller Farbverläufe. Ich würde Ihnen jetzt noch kurz zeigen, wie das zustande kommt. Das Programm ist ja einigermaßen übersichtlich, wie wir sehen. Das, was grün sind, sind Kommentare. Das sind einfach nur, damit man es als Mensch besser verstehen kann. Das eigentliche Programm ist das, was da in schwarz und in blau und ein bisschen rot ist. Die erste Zeile, ORG HEX2000, heißt einfach Origin. Das heißt, hier wird mitgeteilt, wo im RAM-Speicher soll dieses Programm abgelegt werden. Wir haben einen RAM-Speicher, der geht von 0, von Byte Nummer 0 bis Byte Nummer 65535. Und davon nehmen wir jetzt das Byte, das an hexadezimaler Schreibweise das Byte 2000 ist. Also irgendwo so in der, fast in der Mitte des Speichers, aber irgendwo mitten im Speicher. Das nächste, was da steht, ist Start-Doppelpunkt. Das ist ein Label. Das heißt, für Menschen merkbarer Name. Für einen Computer ist das eher uninteressant. Der Computer braucht RAM-Adressen. Aber für uns als Menschen ist das immer gut merkbar. Start-Doppelpunkt liegt in diesem Fall also bei HEX2000 im Speicher. So. Der erste Befehl ist LDA Doppelkreuz 0. Das hatten wir eben schon mal kurz angerissen. Ich lade mir den Wert 0, die direkte Zahl 0 in den Akkumulator. Das heißt, in meinem Register A steht jetzt die Zahl 0. Der nächste Befehl SDA HEX022F schreibt diese Zahl, die ich im Akkuregister habe, in den Arbeitsspeicher an die Stelle 22F. Und wenn ich das tue, bewirke ich beim Atari Computer, dass alles abgeschaltet wird, was mit DMA-Zugriff zu tun hat. Das würde jetzt nicht bei anderen Computern funktionieren, weil dort die Speicherstelle 22F eine ganz andere Bedeutung hat. Beim Atari ist das halt ein Befehl. Vielleicht kennen einige von Ihnen noch die POG-Befehle, die man so unter Basic abgesetzt hat. Das wäre quasi die Entsprechung davon. Nächstes Befehlsteil enthält das Label Loop und ich hole mir wieder eine Zahl in meinen Akkuregister. LDA $D40B und hier wird jetzt nicht die Zahl D40B in meinen Akku geladen, sondern der Inhalt, der in der Speicherstelle D40B steht und dort hält der Atari für uns bereit die Information, wo der Rasterstrahl sich befindet, in welcher Zeile. Das heißt, da stehen Werte drin, ich vereinfache jetzt mal zwischen 0 und 255. Das heißt, ich weiß dann also, in welcher Zeile wird auf dem Bildschirm gerade gezeichnet. Die Zeilenummer, das, was in dem Register steht. Und dann nehme ich mir diese Zahl, die ich jetzt im A-Register habe und speichere sie in die Speicherstelle D40A. Damit wird die Atari CPU, die 6502 CPU schlafen gelegt. Das heißt, egal wo ich mich jetzt gerade befinde, wo der Rasterstrahl gerade ist, die CPU wird jetzt angehalten und es wird gewartet, bis der Rasterstrahl den rechten Bildschirmrand erreicht hat. Danach wird die CPU wieder eingeschaltet. Das heißt, mit dem Befehl SDA $D40B D40A kann ich sicher sein, dass der nächste Befehl ausgeführt wird, wenn der Rasterstrahl gerade am rechten Rand ist. Die nächste Zeile ist die entscheidende. SDA $D01A. Das D01A ist das Farbregister, wo die Hintergrundfarbe drin steht. Das heißt, hier schreibe ich jetzt die Nummer der ausgegebenen Bildschirmzeile als Farbnummer in das Farbregister rein. Da ich ja und dann Jump Loop springe ich wieder zu dem Label Loop. Das heißt, ich mache wieder, ich bin ja am rechten Rand, ich hole mir die Information, in welcher Zeile bin ich jetzt, lege mich bis zum Ende der Bildschirmzeile schlafen und schreibe diesen Wert ins Farbregister rein. Das wiederhole ich immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das heißt, die Hardware-Komponente, die dafür da ist, den Bildschirm zu beschreiben, das, was in Hardware gegossen ist, das guckt in dieses Farbregister, also in die RAM-Speicherstelle D01A, holt sich die Information, welche Farbe da drin ist und färbt die nächsten Pixel dieser Farbe auf dem Monitor ein. Und deswegen sehen wir, wenn wir uns das Ergebnis angucken, genau das, der Programmcode wird ausgeführt, holt sich die Information, wo ist die Rasterzeile, springt, wartet bis zum rechten Rand, setzt das Farbregister an dieser Stelle und für den nächsten Durchlauf hat der Hintergrund dann eine andere Farbe. Technisch gesehen ist das alles quasi die Hintergrundfarbe, also mit dem selben Farbregister. Bitteschön. Bitte, einmal noch mal. Das ist jetzt der Auflösung unseres Monitors geschuldet, wenn man auf dem Laptop hier schauen würde, dann sieht man, dass das, was wir auf dem Monitor sehen, nur ein kleiner Teilausschnitt ist. Aber ansonsten haben Sie recht, ja. So, dazu Fragen? Okay. Also das war jetzt ein ganz einfaches Beispiel, wo man zwei Sachen sieht. Ja, bitte. Entschuldigung. Achso, bei dem... Bitte, 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 wiederholen. Die Frage war, ob der Wert, den ich bei D40A reinschreibe, von Bedeutung ist. Ist der bei Matari in der Tat nicht. Es geht einfach darum, wenn ein Schreibzugriff auf diese eine spezielle Speicherstelle stattfindet, dann wird die CPU angehalten. Es macht überhaupt keinen Unterschied, welchen Wert ich reinschreibe, sondern nur, dass ich einen Wert reinschreibe. Gut, weitere Fragen? Bitte schön. Also die Frage war, ob das irgendwie effizienter geht, weil die CPU ja quasi 100% ihrer Arbeitsleistung aufbringt, um dieses Ergebnis in den Bildschirm zu schreiben. Also A, die Aussage stimmt. In diesem Beispiel verbraucht die CPU 100% ihrer Arbeitsleistung, um das bisschen Farbe auf den Bildschirm zu bringen. Und ja, es geht effizienter, natürlich. Sie haben es ja im Spiel eben gesehen, da waren auch sehr viele Farben und es gab trotzdem noch viel Bewegung, viel Animation und Ton. Also ja, es geht effizienter. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel, weil das typische Hallo Welt Programm, um jetzt einen Text auf den Bildschirm auszugeben, ist ein Assembler deutlich um Längen größer. Das wollte ich Ihnen da sparen. Das war jetzt einfach nur ein kleines Beispiel, damit Sie einmal sehen können, wie so Befehle aufgebaut sind und wie das dann ungefähr aussehen könnte. So, dann gucken wir uns jetzt ein Beispiel an, wie man jetzt letztendlich mit diesen Informationen die Spielwelt erzeugt. Und zwar hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt, dass man grob gesagt die Buchstaben umdefiniert. Und dazu gibt es verschiedene Hilfsprogramme, die meisten davon laufen direkt auf dem Atari. Da ich meine Entwicklung aber nicht auf dem Atari mache, sondern auf dem Windows-System, habe ich mir einen eigenen Editor geschrieben. Und das ist dieser hier. Ja, die Auflösung ist nicht ganz, oben steht nichts Wichtiges mehr, können wir ignorieren. Man sieht jetzt hier in diesem Bereich von ganz links bis ganz rechts abgetragen die unterschiedlichen Buchstaben, die wir haben, die alle schon umdefiniert sind mit unserer Spielwelt. Und mein Editor nimmt sich immer vier Buchstaben und lässt die dann bemalen. Das heißt, ich habe hier oben fünf Farbregister, die ich auswählen kann. Einmal die vier, schwarz, blau, grau, gelb und einmal eine ominöse fünfte Farbe, die Gleichbedeutung bekommt. Ich kann mir ein Farbregister wählen und kann dann damit einzelne Punkte setzen, wie ich das gerne hätte und kann damit ein Element meines Spieles zeichnen. Wenn ich jetzt mehrere davon zeichne in unterschiedlichen Darstellungen, dann kann ich damit auch eine kleine Animation erreichen. Das heißt, ich zeichne einfach drei verschiedene Bilder wo die Grafiken unterschiedlich sind und zeige die hintereinander einfach auf dem Bild wie ein Daumenkino. So, das dazu. Und wenn man jetzt genügend von diesem Buchstaben umdefiniert hat, dann kann man die sich nehmen und kann daraus jetzt eine Spielwelt erschaffen. Das hier ist meine Spielwelt. die ist acht von diesen Atari-Bildschirmen breit und ich kann jetzt einfach mal anfangen und nehme mir den Frosch, den Dimo, stelle den irgendwo hin und sage, okay, das Abenteuer startet hier. Und das Ziel letzten Endes ist, zu einer Fahne zu kommen. Dann sage ich mal, das Abenteuer endet hier. So, wenn ich das jetzt spielen würde, wäre das relativ einfach, der Frosch geht zur Fahne, das Spiellevel ist gelöst. Das hält sich jetzt vom Spaßfaktor auch in relativ engen Grenzen. Das heißt, man sollte sich überlegen, ob man das vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, komplexer gestalten könnte. Das könnten wir zum Beispiel sagen, ich nehme mir eine Mauer und sperre die Fahne einfach ab. Jetzt komme ich nicht zur Fahne hin, weil da eine Mauer ist. Jetzt muss ich mir das überlegen, wie kann ich diese Mauer überwinden? Da gäbe es mehrere Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel ein Stück dieser Mauer etwas bröcklich gestalten, das sieht man hier und dann könnte ich dem Frosch vielleicht noch ein paar Steine mit auf den Weg geben, damit er dieser Mauer einreißen kann. So, das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ich spiele das jetzt mal. Ich gehe sofort meinen Emulator, meinen Latar-Emulator hoch und kann jetzt diesen Level wirklich auch gleich fest spielen. Man sieht, ich habe eine Mauer, ich sehe die Fahne aber es kommen hin, nehmen wir einen Staun und einen zweiten und einen dritten habt ihr mit die Mauer eingerissen und kannst so fahren gehen. So, auch das ist jetzt noch relativ übersichtlich und deswegen gibt es natürlich viel mehr Spielelemente. Man könnte jetzt natürlich ein Spielverderber sein und sagen, okay, das ist ja schon mal ganz nett, aber wir machen noch eine zweite Mauer, versetzen jetzt mal die Fahne, sagen doch ganz nebenbei, dass wir vielleicht noch mal ein paar Süßigkeiten einsammeln sollen, weil das ja seine eigentliche Aufgabe ist und werden wir mal brutal und platzieren mal eine Bombe und einen Zünder irgendwo. So, jetzt ist der Level ein bisschen komplexer. Also erstmal den Blut eben auf und noch noch und dann gleich reden und spielen dann und dann spielen und 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 spielen und was kommt hier? Dann muss ich meine Schicksalte einsammeln. Das ist auch wie die Einzeige die Schicksalte so einsammeln muss, bevor ich den Spielen regeln darf. So, auch keine mehr. Aber ich habe ja eine Mauer, die keine Böse in der Steine drin. Ich habe hier aber abend eine kleine Metier Böse. Ich kann sie nicht schätzen. Hier sehen, ich ändere die Farbe. Immer wie es in der Reihe sieht. Ich habe eigentlich vieles Ausbilder geworfen, das hatte ich vorher in die Bombe. Dann können wir dann damit den Weg freisprengen und dann zur Fahne gelangen. So, das soll als Beispiel reichen. Wir sehen hier unten abgetragen viele Spielelemente, mit denen man diese Spielwelt aufbauen kann. Wir haben also Türen in verschiedenen Farben. Wir haben Schlüssel, die dazu passen müssen in der Farbe. Wir haben Wasserfelder und wir haben selbstverständlich einen Frosch, der nicht schwimmen kann. Deswegen muss der Frosch sich erst einen Rettungsring besorgen, bevor er über Wasser gehen kann. Wir sehen also biologisch völlig korrektes Vorbild. Wir haben die Möglichkeit, einen steinendes Wasser zu schubsen und Brücken zu bauen. Wir haben Teleporter, die uns in unterschiedliche Areale bringen. Wir haben zum Beispiel Richtungspfeile. Wenn der Frosch da drüber läuft, dann muss er in die Richtung gehen, die dieser Pfeil zeigt. Wir haben Schalter, die bestimmte Areale umschalten können, die also vielleicht einen Weg freischalten. Und viele Spielelemente mehr. Wir haben Eisflächen, wo man Spikes haben muss, damit man kontrolliert drauf laufen kann und ähnliches. So, diese ganzen Spielelemente kann man in unterschiedlichen Kombinationen nehmen, sich überlegen und die dann oben in der Spielwelt platzieren und kann die dann immer gleich testspielen. Wer da dann Interesse haben würde, den lade ich sehr gerne ein zum Workshop, der heute Nachmittag stattfindet, ab 14 Uhr, zweiten Stock im Signallabor. Da hätten Sie die Möglichkeit, einen solchen Level selber zu gestalten und können den dann auch mitnehmen nach Hause und zu Hause dann auf dem Emulator dann auch spielen. Also wer mag, 14 Uhr heute, zweiter Stock, Fahrstuhl ins Signallabor. Dazu Fragen? Okay. Die Mauer muss weg, genau. So. Das haben wir gemacht. So, als nächstes Thema Musik. Da wird es für mich besonders spannend, weil auf meiner Reise, bei der Programmierung dieses Spiels, ist mir beim Thema Musik besonders viel passiert. Und auch das ist etwas, was ich vorher nicht erwartet hätte, als ich angefangen habe, dieses Spiel zu programmieren. Fangen wir aber erstmal mit der technischen Musik an. Die Musik wird generiert mit einem sogenannten Raster-Trecker-Programm. Ein Programm, das in die Mod-Kategorie fällt, wenn das jemand etwas sagt. Muss man gerade mal gucken, wo das hier rum. So. Und jetzt sieht man hier, der Atari ist fähig, vier Instrumente gleichzeitig zu spielen, über einen Umfang von dreieinhalb Oktaven. Und jede Spalte symbolisiert ein Instrument. Ich wähle mir aus, welche Note gespielt werden soll, welches Instrument spielen soll und bestimmte Effekte, die ich noch auswählen kann. Das Ganze wird hintereinander abgespielt und klingt dann so. Das, was wir heute schon ein paar Mal gehört haben, das ist die Musik, die ein Musiker sie dann am Bildschirm, in diesem Fall auch am PC, entwerfen kann. Wie man einfach die Noten und die Instrumentauswahl dort einträgt in die Tabelle und das Ganze so lange macht, dass es einigermaßen vernünftig geht. Instrumente kann man sich selber definieren. Auch wenn ich jetzt ein Schlagzeug haben möchte oder eine Geige oder eine Gitarre. Immer sowas ähnliches, das ist ja 8-Bett. So, und das baut man in seinem Programm dann einfach ein als Abspielroutine und ist dann auch schon glücklich. Das ist also relativ einfach. So, kommen wir zum Anekdotenteil. Als ich angefangen habe, dieses Spiel zu programmieren, bin ich auf ein Konzert gewesen von einem Musiker, den ich sehr schätze, Joachim Witt. Und auf seinem Konzert gab es eine Vorgruppe, die heißt Leichtmatrose. Und diese Vorgruppe ist mir deswegen aufgefallen, weil in dem damals aktuellen Video, habe ich jetzt nicht dabei, schade, lief der Gitarrist mit einem Atari-Bildschirm rum, mit einem Atari-T-Shirt rum. Und bei sowas habe ich immer einen Reflex, wenn ich das bei Facebook sehe, da schreibe ich drunter, geiles T-Shirt. So, es kam es, dass ich an diesem Konzert von Joachim Witt war, die Vorgruppe Leichtmatrose war auch da. Ich hatte natürlich ein Atari-T-Shirt an und der Gitarrist kam auf mich zu und sagte, du hast mir das da drunter geschrieben. Und ich so, ähm, ja. Und dann kam wir ins Gespräch und dann haben wir festgestellt, dass er auch Atari-Fan ist, aber die 16-Bit-Ataris. Und ich war halt ein 8-Bit-Atari-Fan und dann haben wir uns einmal zum Spielen verabredet, dass ich ihm mal zeige, was er als 8-Bit verpasst hat bei Atari. Und wir trafen uns in seinem Studio und haben einen Nachmittag verbracht, Atari 8-Bit zu zocken. Das muss man dazu sagen, Hilton Tyson ist Musikproduzent mit eigenem Studio. Man sieht jetzt mal hier zum Beispiel das Mischpult im Vergleich zu meinem kleinen Atari. und er war da so glücklich den Nachmittag, dass er gesagt hatte, Mensch, ich hatte damals ja auch ein C64, ich musste mal wieder aus dem Keller holen, ich müsste mal ein aktuelles Musikstück auf so ein 8-Bit-Gerät umsetzen und ich bin total begeistert. Und ich sagte, was ein Zufall, ich programmiere gerade ein Spiel und ich habe noch keine Musik. Und er sagte, du hast noch keine Musik? Ich mache die Musik. Was brauchst du? Du brauchst ein Titel-Lied. Du brauchst eine Intro-Musik. Du brauchst Jingles. Das mache ich dir. Und er macht es. Dann hat er gesagt, und dann nehmen wir noch den Sänger von Leichenpatrose. Den verdonnern wir dazu, dass er noch ein Musikstück draus macht mit richtigen Instrumenten und dass er dazu singt. Vor einem Jahr stand ich hier und habe gesagt, das ist der Plan. Heute stehe ich hier und sage, wir haben es gemacht. Also ich habe jetzt wirklich ein Lied von den beiden netten Menschen, Hilton Tyson und Andreas Stitz, die für mein kleines Atari-Spiel unentgeltlich ein Musikstück programmiert und besungen haben. Ich bin da total begeistert und sage an dieser Stelle nochmal Danke dafür, weil mich das einfach total umhaut. Und dann, weil ich ja dieses Spiel 1993 schon mal für den Amiga gemacht habe und jetzt ein Demake davon mache auf einer schwächeren Plattform, habe ich mir in den Kopf gesetzt, dass der Atari etwas macht, was der Amiga damals ohne Probleme hätte machen können, aber nicht getan hat, nämlich digitalisierte Sprache abzuspielen. Und wie der Zufall das so will, habe ich durch glückliche Fügungen prominente Sprecher bekommen für mein Spiel. Das heißt, der Hauptcharakter, Dimo, wird gesprochen von Hannes Maleky, das ist der Sänger der Band Verlet Erdball. Den König Grünfuß wird gesprochen von Joachim Witt. Wer ihn nicht kennt, der Goldene Reiter und die Flut. Die Königliche Fee wird gesprochen von der Sängerin Diana Werner von der Gruppe Herzinfarkt und die Prinzessin Dori von Linda Mödebeck von der Band Versus. Da habe ich etwas gelernt, was ich seitdem zu meinem Lebensspruch erhoben habe, nämlich, man muss einfach mal fragen. Ich habe einfach mal gefragt und ich habe ein Ja, mache ich dir als Antwort bekommen. Das finde ich großartig. Also ich mir überlege, dass ich seit 30 Jahren die Musik von Joachim Witt höre und er jetzt ein Teil meines kleinen Spieles ist, finde ich das einfach wahnsinnig unbegreiflich schön. So, jetzt muss ich natürlich noch Werbung machen. Der Joachim Witt ist ab nächster Woche auf Tour, rein zufällig. Ich werde dafür nicht bezahlt, aber wer ihn sehen möchte, Berlin, 19.10. hier im C-Club und in einigen anderen Städten. Leichtmatrose ist auch in Hamburg, Berlin und Leipzig dabei. Wer kommen mag, sollte das tun, weil es lohnt sich wirklich. So, Ausblick. Bevor ich gleich die Stimmen nochmal zeige und das Lied abspiele. Wie soll es weitergehen mit D-Musk Quest? Wir werden nächstes Jahr von der Originalversion kein Demake machen, sondern diesmal ein Remake. Das heißt, wir werden es umsetzen auf die aktuelle Plattform Windows, Mac OS und die Mobiltelefone. Und es wird ein weiteres Demake geben, durchgeführt von Ernst Neubeck, der auch schon gut dabei ist mit Faceout und ähnlichen Spielen. Auch davon wird es eine Commodore C64-Umsetzung geben. Auch nächstes Jahr. So, falls noch jemand Interesse hat, dieses Spiel auf andere Retro-Plattformen umzusetzen, das würde ich ausdrücklich begrüßen und würde jede mögliche Hilfestellung dafür geben. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe ein Spektrum, ich habe einen Schneider, ich habe irgendwas anderes Exotisches und ich möchte das gerne umsetzen, sehr, sehr gerne. Würde mich freuen. So. Und dann würde ich einmal mal kurz ein Beispiel von der Sprache geben wollen. und zwar der Atari kann digitalisierte Sprache abspielen, aber natürlich nicht in so einer wahnsinnig guten Qualität, weil wir reden davon, dass wir eine Sample-Auflösung von 4 Bit haben. Nicht 8 oder 32 oder 44 CDs, sondern 4. Und das Ganze klingt dann so, das Beispiel, was ich jetzt abspielen werde, kommt dann von einem echten Atari. Das war jetzt meine Stimme und sie war einfach nur ins Blaue in so ein eingebautes Mikrofon vom Monitor gesprochen, also nicht professionell im Studio aufgenommen, nicht nachbearbeitet, sondern einfach nur so abgespielt. Wir sehen jetzt hier, das, was hier grafisch ausgegeben wird, hier fängt die Routine an, färbt erstmal den Bildschirm rot, damit man wissen, wo man ist, bestimmt den Lautsprecher mit den Informationen von dieser Sprache und schaltet den Hintergrund wieder auf schwarz. Man sieht also, dass die Audioerzeugung mir ungefähr ein Drittel meiner Rasterzeile klaut. Das heißt, diese digitalisierte Sprache abzuspielen, kostet Prozessorzeit. Ich muss das nur jede zweite oder dritte Zeile anstoßen, das reicht, aber von dieser Zeile fehlt mir Prozessorzeit. aber es muss kontinuierlich gemacht werden, also es reicht nicht aus, einmal pro Bildschirmdurchlauf den Tonwert zu verändern, sondern ich muss das wirklich ungefähr 6000 Mal pro Sekunde machen. Also im Schnitt ungefähr jede zweite oder jede dritte Rasterzeile muss sich die Lautstärkeinformationen vom Lautsprecher ändern, damit ich ein Wellenmuster habe, was letztendlich da tun wird. So, jetzt könnte ich nochmal ein Beispiel geben, wie der Ton dann bei professionellen Sprechern klingen soll. Das ist jetzt natürlich kein Beispiel, das vom Atari kommt, sondern das muss erst in den Atari rein, aber ich habe die Texte erst vor einer Woche bekommen. So, jetzt holen wir nochmal ein Beispiel raus. Das hier ist das Skript, was ich den Sprechern geschickt hatte. Und in dem Skript sprechen mehrere Personen. Ich habe die Audiodateien als Beispiel aber nur von einer Person hintereinander. Das heißt, ich spiele jetzt gleich mal den Text vom König ab, fängt da oben an, willkommen Dimo, was ist dein Begehr? Und die Texte, die der Demo spricht, die kann ich zwar auch noch gleich abspielen, aber nicht direkt hintereinander im Wechsel, weil die muss ich erst noch schneiden, das habe ich noch nicht Prolog Willkommen bei Dimos Quest Willkommen Dimo, was ist dein Begehr? Du scheinst mir nicht gerade der Golden Reiter für meine Tochter zu sein, oder? Aber ich gebe dir eine Chance. In meinem Königreich liegen überall verteilt unzählige Süßigkeiten. Bring sie mir alle und du bekommst meine Tochter zur Frau. Jetzt geh! So, das geht natürlich noch ein bisschen weiter und alternativ könnte man noch mal eine Probe zeigen von der Sprachkunst von Hannes Malekki, dem Sänger von Velle Erdbeim. Oh Mann, was für ein langweiliger Tag. Ich wünschte ich ich wie könnte ich die Prinzessin heiraten? Ich weiß nicht. Ich glaube mein König, ich bitte um die Hand eurer Tochter Dori. Und so weiter. Das, was wir jetzt hier sehen, ist das Storyboard. So soll es dann ungefähr aussehen. Das sind jetzt die Grafiken, die wir damals in der Amiga-Fassung verwendet hatten. Damals ohne die Sprache, obwohl das damals technisch kein Problem gewesen wäre, aber wir sind nicht auf die glorreiche Idee gekommen. Und mein Ziel ist es jetzt, diese Introsequenz mit der digitalisierten Sprache auf dem Atari zum Laufen zu kriegen. Und so wie das aussieht, wird das gelingen. Das einzige Problem, was wir haben, ist, die digitalisierte Sprache passt dann nicht mehr auf eine 5,25 Zoll Diskette, sondern wir müssen dann ausweichen auf ein Spielmodul, wo wir dann immerhin einen Megabyte Speicher haben. Da legen wir dann die digitalisierte Sprache ab und der Atari holt die sich aus dem Modul raus und gibt die dann mit seinen Atari Fähigkeiten wieder. Wird also nicht durchgeschleift, ist auch kein MP3, was da irgendwie vom Modul generiert wird, sondern die Bytes werden wirklich vom Atari dann auch in Sprache umgewandelt. Dazu fragen? Okay. So, als letztes möchte ich schließen, würde ich einmal kurz in das Lied reinhören, in den Titelsong, der produziert wurde von der Band Leichtmatrose und dem Elektrofil-Studium. Ich binde mal den Text ein. So, selbst nicht durch, sei gelohmlich, sei kein Frosch an meinem Mann und zeig dem König, was ein Frosch so alles kann. Folg der Idee von Deiner Fee und singt dem alten König Tee mit der In und Neues und von Paul we're never ever ever into Do So Tee Tee S Tee 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 So, von dem Video, von dem Lied wird es dann auch ein Video noch geben, begleitend zum Spiel. Und das Lied wird es dann natürlich auch in die Remake-Fassung schaffen, da dann in voller Qualität. Und ja, da muss ich einfach sagen, danke an die Beteiligten, die es mir ermöglicht haben, mein kleines Spiel so derart zu bereichern. Ich bin da sehr, sehr glücklich drüber, sehr dankbar dafür. Und ich kann eigentlich nur jeden ermutigen, vielleicht einen ähnlichen Schritt zu wagen, sich seine Lieblings-Retro-Plattform auszuerkoren und dann einfach mal ein Spiel zu schreiben. Es könnten interessante Sachen passieren auf dem Weg. Und ich kann Sie dazu nur ermutigen, es gibt auf dieser Veranstaltung mehrere Kurse, wo Sie dann noch weiter reinschnuppern können. Wie gesagt, um 14 Uhr könnten Sie zu diesem Spiel einen eigenen Level beisteuern, der es dann auch auf der Modulversion schaffen würde, wenn Sie es denn möchten. Dann wären Sie Teil dieses Spiels mit einem Level. Und alternativ wird morgen Nachmittag ein Workshop stattfinden, wo man die Atari-Spielkonsole VCS 2600 programmieren kann. Ein sehr interessanter Beitrag, habe ich letztes Jahr auch schon mal daran teilgenommen, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. So, haben Sie noch Fragen? Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, danke fürs Hiersein und vielleicht sieht man sich bei irgendeiner anderen Gelegenheit mal wieder. Dankeschön. Applaus Applaus Vielen Dank.